So, jetzt geht's weiter, jetzt durch den schönen Kehrweißschloss versteigen wir. Und da, wo er gewinnt, noch der Ort gibt es noch nicht schon eine Kehrweißschloss. Also ich stand schon 20 Euro da hingeworfen, da so ein bisschen was drin ist. Das soll ich wohl, lieber Reit, schaut mal den schönen Strauß. Wie wir vorher schon gehört haben, das ist ein ganz alter, wie vor 50 Jahren, original. Also das muss man daheim haben, da muss man auch ein bisschen was kennen, sonst kriegt man ihn nicht. Also 20 Euro da hingeworfen, da soll ich wohl zum ersten Mal, zum zweiten Mal und zum Lenkermol, ich hab Dorscht. Ich hab nichts drin, warum ich dann so. So, da sind so viele Leute, also da ist auch bestimmt, da hat jeder ein bisschen Geld im Sack drin. Da kann man auch ein bisschen was gehen von den schönen Strauß da. Also wie gesagt, 20 sind noch immer drin. 20 zum ersten Mal, zum zweiten Mal. 25 der jungen Puthock. 25 haben wir drin, aber ein bisschen muss noch was her, weil das ist so schön, die kann man jetzt noch so wie das machen. Das ist so schön, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Also 25 hat ich so, das ist drin. Zum ersten Mal, zum zweiten Mal und zum 30. Da ist ich! Hoppa! Aber liebe Leute, schaut mal! Die Blower Bänder da, das ist wie damals gemacht. Das gäb's also nirgendwo zu kaufen, nur da. Am Fasten. Also, hopp! 40! 40 haben wir jetzt, das ist ja schon mal ein bisschen etwas. Also, 40 zum ersten Mal. Zum zweiten Mal. Und zum Tanzmalmal. Wenn ich da in die Runde schaue, bei den ganzen Tanzgruppen, das ist so viel junger Leute. Wird da nicht so ein schöner Strauß. Und dann kommt der nächste, so wie ich da, Brottenster mache, etwas ganz Schönes. Also, 40 Euro. Zum ersten Mal. Zum zweiten Mal. Und zum Trinkenmal. Und Musik. Das ist für 50 Euro. Ja, doch mal, das ist alles. Und dann kommt der Tag. Das ist für die Zeitgeschwindigkeit. Ja, das ist für die drivingende Bänder. Das ist für die Zeitgeschwindigkeit. Oh, da haben wir schon 50 jetzt. 50 Euro. 50 Euro haben wir jetzt vor den schönen Strauß. Aber da geht noch ein bisschen mehr. Also, 60 Euro zum ersten Mal. Zum zweiten Mal. Und zum zweiten Mal. Muss ich. Also, 60 Euro. Aber das geht noch nicht so. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Sonst gäbe es nur ein KM. Also, 60 Euro zum ersten Mal. Zum zweiten Mal. 65. Bravo. Und wohin? Die schöne Dame. Gibt auch was. Also, 70 Euro. Auf das ganz mal, Armut. Weil es so schön ist. Also, Wicke hat mit 70. Ja. Also, 70 Euro. Ja, wie gesagt. Es ist schon einiges. Aber vor die ganze Arbeit. Es hat so lange gedauert. Der Zuherdichte. Also, so 70 Euro eigentlich gar nichts dafür. Deswegen müssen wir schon noch ein bisschen schauen, dass was zusammenkommt. Deswegen soll ich 70 Euro zum ersten Mal. Zum zweiten Mal. Und noch ein junger Mann. Gibt was? Ein junger Mann. Gibt es noch? 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 Wie viele sind es gerade? 77 Euro. Also, jetzt haben wir 75. Bravo. Auf das tanzen wir mal. Muss ich. Jungs? 75 Euro. So. 75 Euro. Gibt es noch bestimmt. Nein, die wollen noch ein bisschen Geld im Sack haben. Na raus damit, ich bin froh, das ist nicht viel. Oh, so kommt noch mal, also haben wir 80 und 90. Bravo, danke, 90 Euro. So, so gefällt mir die Geschichte schon besser, doch. Ganz normal. So, jetzt geht es mir schon ein bisschen besser, weil ich da unten schaue, 100 Euro. Aber ein bisschen geht immer noch. Deswegen 100, zum ersten Mal. 110. Oh, 110, danke. 20. 120. Opa, 120, das geht ja gut. Aber jetzt ganz kurz, ich rede so viel, da muss man auch was trinken, doch, Sonntag. 130. Weil der Ernst hat, glaube ich, 20, was? Also 130, habe ich, glaube ich, gesagt, ja. 120, sowas. 130. Oh, 130, danke schön. Ja, wie gesagt, wir kommen schon immer, oh, oh, da kommt ja noch ein junger Mann. 140 und 160. 160 Euro, auf der Stanz war noch mal. Also 180, 190, hat jemand noch was zu bieten? 50 Euro, auf der Stanz war noch mal. 360 Euro, auf der Stanz war. 130 Euro, auf der Stanz war. 140 Euro, auf der Stanz war. Also, jetzt haben wir eine Rundezeit 200. Aber noch lass ich euch nicht gehen. Noch ein bisschen müssen wir da vorhanden bleiben. Sonst, wie schaut's aus? Hat ihr immer noch was mit dem Sack oder nicht? 210? Bravo Po! 210? Kann er mich? Ja, nun müssen wir noch mal tanzen und ich gebe das Geld zu suchen. Muss ich! So, jetzt wissen wir ja noch gar nicht wieder. Jungpun, du hast doch mal dein Name. Alex. Ja, dein ganzer Name. Alexander Knapp. Und wir feiern mit dem Nächsten Kerwey. Großjähriger. Also, hat er halt gehört. Nächsten haben wir noch Großjähriger Kerwey. Bravo! Einen Applaus! Heute schnauze ich einen Tanz. Jetzt gibt's einen extra Tanz für den jungen Mann hier. Heuteось ich oben ein probierer ein Spiel! Jetzt war es ein kurzer. Jetzt hat er never ein Block. Heute schnauze ich einen Paar. Jetzt war's mir jetzt... Du wirst разных, weil es clusters aus dem Schwabge Todos haben. Untertitelung des ZDF, 2020